Herzlich willkommen zu unserem Panther Safeguard Anwender-Video. In diesem Video erfahren Sie, wie Panther Safeguard richtig angewandt wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Los geht's! In der Verpackung finden Sie Panther Safeguard, ein USB-Ladekabel und die Bedienungsanleitung. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Gebrauchsanleitung gründlich zu lesen. Taschenlampe aufladen Erstens schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Ladeanschluss an. Zweitens schließen Sie das Standard-USB-Steckerende des Kabels an einen USB-Stromanschluss eines Computers oder eines anderen Ladegeräts an. Drittens, ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Das Licht wird grün, sobald das Gerät voll aufgeladen ist. Wichtig! Laden Sie die Batterien vor dem Gebrauch vollständig über den USB-Anschluss auf. Verwendung der Taschenlampe Erstens drücken Sie die Taste Taschenlampe Blitzmodus, um die folgenden Modi zu durchlaufen. A. Der erste Druck schaltet den Taschenlampenmodus ein. B. Der zweite Druck schaltet den Taschenlampenmodus aus. C. Der dritte Druck schaltet den Blitzmodus ein. D. Der vierte Druck schaltet den Blitzmodus aus. Zweitens ziehen Sie den Teleskopkopf der Taschenlampe für einen schmalen, fokussierten Strahl nach vorne und für einen breiten Strahl nach hinten. Drittens, um den Sicherheitsgurt zu durchtrennen, legen Sie den Sicherheitsgurt in die Kerbe und ziehen Sie die Taschenlampe schnell zurück, um den Sicherheitsgurt zu durchtrennen. Viertens, um das Notsignal zu verwenden, drücken Sie den On-Off-Schalter und wechseln Sie in den Blitzmodus. Platzieren Sie die Taschenlampe auf einer ebenen Fläche am Straßenrand. Fünftens, um bei Notfällen den Sicherheitshammer zu verwenden, drücken Sie die Entregelungstaste auf der Unterseite des Griffes. Schlagen Sie mit dem Hammer auf das Gas, bis es zerbricht. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 36 06 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst.mediashop.tv Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der direkt zu Panther Safeguard führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Panther Safeguard und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop Team